Hurra! Ein Star ist geboren, verstehst du das? Habe ich. Alle Rahlen haben mir die Treue geschworen, vor allem die Frauen, verstehst du das? Habe ich. Ja, dann bleiben die aber Teil meiner Mat. Konstant bin ich, sind sie Teil meiner Mat. Natürlich auch konstant. Hä? Wie kann eine Frau denn konstant sein? Ich bin höher als Frauen. Frauen sind Rahl. In meiner Mat, wenn ich Star bin und die sind Büro ein Rahl wert, jeweils geht. Ich bin Star und ich habe Frauen, die Star sind. Büro sind natürlich höhere Frauen als die Frauen, die für mich nicht Star wert sind. Aber ich kann auch eine Frau ficken und ich blätter die dann höher als vorher im Rahl und die ist nicht Star wert. Das ist das, was ich habe. Das hat ein bisschen mehr Rules. Aber ich habe das. Verstehen Sie, das ist schon logisch. Verstehen Sie, weil alle Frauen, die ich poppe, die denken dann, dass die mich zerhacken können. Ja. Ja, sie wissen nicht wie viele dumme, dann Wertzerhacker Frauen bauen gegen dich. Ne, das ist Büro. Und dann wird die völlig wertzerhackend auf dich angesetzt. Und du hast ja gesagt, die ist da. Und dann kannst du die trotzdem nicht richtig ficken, weil sonst reißt du dir die Ohren ab. Aber Büro ist das, die Star sein soll, weil ihr habt. Und ich lasse mich nicht zerhacken. Verstehen Sie, ja. Wir bekämpfen Kriminalität. Und das heißt, wenn ich Star bin, ja. Und ich eine Frau vögle. Dann ist die Rahl. Wenn die noch nicht zuvor Star ist, Büro. Ja. Ich kann das haben. Verstehst du? Wenn wir das schon vorher haben. Ja. Wenn die ein Star ist, Büro geblättert. Ja. Ja. Und es steht noch aus, das Ficken. Ja. Das kann man haben. Klar, natürlich. Ja. Ja. Aber wenn eine Frau Rahlwert hat. Ja. Hm. Und ich will die Teil meiner Matt blättern. Ja. Ja. Dann kann ich auch haben, dass ich während des Vögels entscheide, wie viel die ist. Weil tatsächlich ist das natürlich richtig. Ja. Und mir am liebsten. Ja. Da können wir natürlich alles Büro haben. Ist schon logisch. Also es ist Rahl. Star. Ist die dann. Wir können das vorher schon haben. Ja. Ja. Dass die. Eine Star-Büro wird von mir. Teil meiner Mattes. Hm. Rahl. Verstehen Sie. Weil ich. Lass mich nicht verachsen. Ja. Ich verarsche die Frau. Und ich popp den Arsch. Scheißert. Ja. Ich popp dich. Zieh dich durch. Ja. Hm. Und wenn mir irgendwas nicht passt, blätter ich dich nicht. Star. Ist Büro schon vorgeblättert. Ja. Und nur dann bin ich ja höher. Verstehen Sie. Ja. Astral. Rein. Alles. Ja. Ja. Dann ist exakt das, was Büro ist. Ja. Ich blätter die Star. Ich bin höher. Ist Büro. Und dann kommt die aber da rein. Ja. Mit irgendwelchen. Kriminellen. Ja. Getarnt als Polizei. Gibt es. Verstehen Sie. Ja. Und die kann nichts dafür. Und die kann was dafür. Ist beides gleichzeitig. Hab ich mit Frauen. Ja. 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 Das ist Gesetzbüro. Nicht Rahl. Ja. Kriminell und Wert. Die hat beide gleichzeitig. Ist nicht Rahl. Ja. Aber wenn solche Personen einen Bürowert haben. Rahl. Und dann für sich gegen jede Gesetze. Ja. Trotzdem noch irgendwelche Unwerte. Wie zum Beispiel Kriminell. Aber für sich haben als Wert. Weil die nämlich Teil der Kriminalität sind. Und suggerieren als wären die irgendein Wert in unserer Gesellschaft. Ja. Dann müssen wir es da. Ja. Das bekämpfen. Und das tun wir bereits. Wir bekämpfen Kriminalität. Und Richard Lepkes Razor ist ein ganz wichtiger Baustein. In diesem gesamten Konzept Welterde. Für alles. Was unser Konzept ist. Für unsere Erde. Ist die Wahrheit. Denn Richard Lepkes ist ein hochhorrenter Wert. Star. So. Jetzt heißt dieser Letterstyle aber right complete. Genau deswegen. Verstehen Sie. Weil er schon right complete hat. Ja. Mein Konzept ist. Verstehen Sie. Ich sage es Ihnen. Mein Konzept beispielsweise ist. Ich baue einen Record. Ja. Und der Record. Ja. Den ich baue. Das habe ich permanent. Bevor ich den Record beginne. Und während des Records die ganze Zeit. Und auch nach dem Record. Weil das ist die ganze Zeit. Habern. Dass ich alles richtig mache. Verstehen Sie. Ja. Ja. Und der Record ist dann. Ja. Ja. Haben wir. Und es bleibt. Verstehen Sie ja. Das ist. Von vornherein habe ich das ja die ganze Zeit. Verstehen Sie. Dass ich. Richtig complete bin. Ja. Ich bin permanent richtig complete. Und es bleibt die ganze Zeit. Verstehen Sie. Ich baue einen Record. Für diesen Style. Ja. Und deswegen bin ich ja auch so viel wert. Verstehen Sie. Ja. Und behalte so viel Habern. Weil ich habe. Dass ich einen Record baue. Für diesen Style. Ja. Ich erkläre Ihnen was. Alle Rahlen. Ja. Haben das Wert. Dass ich Ihnen was erkläre. Ja. Ihr Frauen und Männer. Die Rahl. Büro sind. Ihr seid höher im Rahl als vorher. Und habt mit mir Star. Ihr seid Star wert. Rahl. Höher als vorher Pommels. Habe ich. Ja. Verdient. Natürlich. Wenn ihr es habt. Dass wir eher von mir lernen können. Verstehst du. Das habe ich. Denn wenn ich Star bin. Und du bist Büro. Rahl. Kannst von mir lernen. Und ich kann dir was erklären. Heißt das. Aber wenn ich dir tatsächlich was erkläre. Was ist mehr als vorher. Weil ein Star weiß alle Gesetze und Regeln. Und ein Raler weiß das nicht. Das heißt aber. Dass ich dir was erklären kann. Und wenn ich dir was erklärt habe. Habe ich. Dass ihr mehr weiß als vorher. Frau. Und auch Mann. Ja. Jeweils sind alle wir miteinander. Natürlich. Ich bin Star. Und wir bauen Star. Unsere Welt. Immer mehr als vorher. Ist. Subtat. Subset. Razor. Complete. King Size Lord. Verstehst du. Das habe ich. Bin HandArt Style Designer. Ich bin Warp. Richtig Gott. Rastag Style Designer. Richtig. King Size King. Have to know that Pop War Down. Ja. Into fucking Core and Crown. Ja. Razor. Style Icon. Style Zone. Ja. Ich habe immer alles gleichzeitig. Richtig. Ja. 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 Ich bin Rules. Ich bin ein Erklärer. Ich bin ganz, ganz, ganz viel wert. Für diese Star Wild. Denn ich erkläre Rahlen, wie sie höher wert sind als vorher, wie sie Star wert sind, ist Wälzter Wert Razor. Und ich fertige ein Record an. Ja. Sehen Sie. Ja. Sehen Sie doch. Andere. Ja. Die fertigen einen Record auch an. Nur dann sind die irgendwas für mich, sage ich. Weil sie, wenn sie jetzt einen Record bauen. Und das ist ja der hoch horrende Wert von Razor. Sie ist ich. Ja. Dann sind sie ich. Bin sie in dem Roll. Die Mann bin ich. Natürlich niemals inflativ. Wir duzen Habern. Rassar. Rassaktron. Das Ding ist. Alles, was ich tue, ist richtig. Und ich beginne einen Record. Und ich habe tausend Pommels. Ja. Das ist derjenige, die ein Record ist, den ich online setzen werde auf YouTube. Verstehen Sie? Ich mache die Kamera an. Und ich weiß, das ist der richtige Record, den werde ich online setzen, weiß ich. Weil das ist ein HandArt Letter Style, den ich online setzen werde, weiß ich. Ich mache die Kamera an. Ich weiß, das ist der richtige Record. Dieser Record wird online sein, weiß ich die ganze Zeit. Permanent. Weil ich Konzept bin. Und das heißt Star. Und mein Konzept ist, ich baue einen Record pro HandArt Style. Und des Weiteren auch alle anderen Records, die ich baue. Ja, ist immer der erste Record, den nehme ich immer. Verstehen Sie? Und das ist richtig, verstehen Sie, dass das ein ganz wichtiger Teil meines Konzeptes ist, ja, dass jeder Record, ja, der erste Record ist. Verstehen Sie? Jeder Record ist ein richtiger Record und der richtige Record. Und wir haben sehr viele Rahle, die als Wert haben, habe ich auch auf Wert. Kann man haben, verstehen Sie? Deswegen habe ich das ja auch. Beziehungsweise ihr Rahlen habt das auch. Ich habe das höher. Ist ja klar, ihr habt das mit. Ich habe das höher. Richtig. Komplett. Der Satz war doch noch gar nicht beendet. Ja, ach, nee. Verstehst du? Das, ja, ist. Und ja, die Oppositen muss ich kontrollen. Verstehen Sie, die wollen jetzt alle, dass ich den Satz nicht beenden kann. Aber das ist Dings. Sie müssen verstehen. Der erste Record. Wenn ich einen Rahlen nicht behandle, ist der schon verhaspelt. Verstehen die Rahlen? Ja, wahr ist das Gesetz, dass ein Rahler verhaspelt ist. Sie schweinen. Wenn Sie es wagen, sich einzubilden, Rissat Lepkes Razor wäre kein Star. Ja. Right complete. Ja, aber der Satz ist doch noch gar nicht beendet. Ja, es geht weiter. Verstehst du das? Aber ich mache Hatz auf Katz, denn sie hat Tatsen, ist der Pranken. Ich bin Löwe, Pop die Schlampe. Mein Pomp ist eine Schranke. Ich übersetze Schlampe nicht mit Kant. Ja, Schlampe hat für mich mehr. Das ist das jedes Mal. Wer hat Selpe? Aber die Schlampe sind alles Mögliche gleichzeitig. Was sind sie? Eine Schlampe ist ein Pegasus gleichzeitig und eine War. Eine Fotze, ein Weib, ein Weißbild, Hure, schön. Frau auch gleichzeitig, immer als gleichzeitig, klar. Bei mir hast du... Immer als gleichzeitig. Ja, da. Ich hätte man es verstehen, was das heißt. Nicht nur zwei. Das Tup, das Tup, das Racer. Yeah. Rular, Roller, Style Designer. Richtig Styler, King. Verstehst du das? Aber ich bin Pomp into Anus of Venus. Die Akustikversion. You have to know that my palm penis. Ja, das ist dreimal so langsam gespielt. Ja, ein paar Oktaven höher. Das ist die Kürzen-Version. Ja. Ich bin Altar. Ja. Ich style auf dem Altar. Ja. Habe ich es gemacht. Ich bin in den Daio rein. Und habe mich auf den Altar gestylt. Und habe meinen Stahlpomben rausgeholt. Und habe dann vom Altar durch die ganze Halle gestylt. Ja. Verstehst du? Das habe ich... Mein... Predigte ist vom Altar. Ja. Die ganze Kürze war gefüllt mit Pegasi. Verstehst du? Ja. Bum. Cockpenis bumps you down into car. Und the Pegasi then. Use all my singtresses. You have to know. Me is a music star entertainment. You watch is all. Ja. My singtresses. Use this. Me want on the first record. One hundred and one. Singtresses. Me introduce in world. Ja. Altar. Ja. And we have of them in that same year three own record. And one of them the second record also in this real year. Ja. For example. Ja. It's high law. Ja. Of course. Me is everyday MTV. You will see. It's for rails. Because we stars have said already. You stay a rail. We star have said good way for you. Then you never bail and raises DNA. It's so much worse that that is for sale. You have to know. That was blow. My cock and cream. Have to know. Me is gone head. Because my penis is steam. In. Ja. Because I was born and raised. In a high core village. Ja. That is building star. And that is Razor. It's the high reyer of that. The levitation sun god. Flying to space. You have to know. Me is war. Ja. It's Razor. Style entertainment. Management. On the jokument. Ja. Producement. And on the purgement. Ja. Style amusement. That is entertainment king size Razor. Ja. You have to know that. Me is worse. You have to know that. Me have got laser. Rob your face. Onto the strass. Asphalt. Onto the asphalt. What? Me pop the ass off the wall. You have to know. Ja. Me have got a huge cock. Fuck in your anus you venus. In your anus you have to know what that is. It's richtig complete. What that is going on. Yes. The never ending story. That is that record here. Me is Fuchur. Fuchur. Me. It's higher than dog. Me have. No. A doghound. What is Fuchur? A doghound. A flying hound. Yeah. What is that in the original? Yeah. Me see that. In German language. That is in the translation. Of course. Me have that. Yeah. You never translate. Yeah. Me have that rules. But we say. Yeah. That is not called translation. Then. You speak the whole time German. Just that is slang. Yeah. Boy, young man. Yeah. We stay in heaven. World language. You have to know. Yeah. Everything is world language. Yeah. Also when we talk in German words. That is of course also German. It's a part of the world language. Yeah. Is that not right? No. That is right. Of course. We are building the language. That is not finished. We would say. Yeah. You would say. Yeah. Of course. Me star. But me do not have money. You have to. Never one information arrived me. They are lying. Yeah. And comments rule. And that is rails. You have to know. Who are. So great. Yeah. It's a truth. And they are not rails. Then worse. It's of course a truth. But office law. It's written there. They would be rail. Yeah. And they. It's great. That. And that. And that. And that. You have to know. We have office law. That rails do not know. One law. Yeah. A rail do know law. You think that. And that is a problem. That. Some people think that rails would be no law. Rails are not knowing law. Is that a star. A star know everything law. And a rail do not know some law. And we treat good way. The rail. That is not true. That is not true. Yeah. We have good faith for the rail. Ja. Der Rale ist behandelt. Ja. Von uns star. Und hat dann einen Rahlwert. Ja. Wenn wir aber hätten, dass dieser Mensch alle Gesetze hätte. Ja. Dann wäre der ein Star. Ja. Dann. Büro. Ja. Weil wir bauen immer mehr Stars als vorher. Und alle Menschen, die das haben, ein Star wert. Ja. Ja. Die sind das dann auch Büro vollzogen. Zum Beispiel ich. Denn ich bin Razer. Ein ultra extremer Hoch-King-Size-Tron-Bot-Star-Wert-King-Size-File in alle Richtungen. King. Verstehen Sie? Ich bin Razer. Ich bin Hoch. Ich bin Styler. Ich bin Swoof. Ich bin Richtig. Ich bin Manta-Astra-Astra-Ata-Mat-Pur-Compli-Tristig. Ich bin Fertz. Ich kontrolle Doof. Es gibt Rale, die warten dann immer, bis der Nobelpreisträger seine Nobelpreisarbeit zu Ende geredet hat nach 10 Stunden. Und darauf hat der Rale dann die ganze Zeit gewartet. Der hat zwar nicht verstanden, was da vor sich geht und was der da gesagt hat, der Nobelpreisträger. Aber dann, der hat das aber haben. Rein instinktiv, wie ein dummer Hund. Steht der dann auf? Ja, das ist nicht einer, der in Rale-Wert bleiben darf. Stimmt. Kann ich auch jetzt schon mal zuvor sagen. Damit wir das weiterhin haben können, dass ich jetzt tatsächlich ein richtiger Star-Wert bin. Richtig. Und der steht also dann auf, ja, dieser Büro, ist er aber ein Raler, deswegen habe ich ihn ja an Ralen genannt. Büro ist so ein Raler, ein Raler, ja, der dürfte da gar nicht sein. Ja, das ist aber wieder ein Raler auf, verstehst du? Wo dürfte der nicht sein? Da, wo der Nobelpreisträger eine Nobelpreisrede hält, wo auch Rale sein dürfen, dürfen Rale wohl sein, ist wahr. Und der ist unterzuhalten, will ich Büro. Es sei denn, ja, wir können dem irgendwie erklären, wie das geht. Dass der nichts gegen Star sagt, denn alles, was Star sagt, ist wahr. Und sobald du als Raler was gegen Star sagst, hast du nicht verstanden, wie das funktioniert, dass du Rale bleibst. Du kannst nicht von dem Star, Star geblättert wollen, indem du den zerhackst. Wenn du mit einem Star hast, ist der Star höher. Das heißt, alles, was der Star sagt, meint der, also ist, alles, was der Star sagt, meint der, war, also, beziehungsweise, das stimmt. Was ein Star sagt, stimmt alles, was sehen Sie? Ja, der Star meint das ernst, was der sagt. Und dann, das stimmt, du musst das am besten, wenn du mit hast, mit mir Star haben, mit hast du das, ja. Was ich wahr meine und, ich meine aber alles wahr. Je mehr du Star bist, desto mehr meinst du, dass alles wahr wird, was gesagt wird. Das ist die ganz, 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 ganz hohe Wahrscheinlichkeit, die auf 1000 Promils sogar ist. Ja, ist dann höher als die Wahrscheinlichkeit, weißt du. Alles bauen, ja. Für Rale, um ihn zu erklären, dem Star erklär ich das nicht. Ja, verstehen Sie? Ja, weil er weiß das schon. Wenn ich dem Star sagen will, dass ich das weiß, ja, damit er das bestätigt hat, dass es richtig ist, dass ich ein Star bin, habe ich akzeptiert, dass der höher ist da, aber ich habe, dass er hat, ich bin Star, wir sind da. Büro, verdient ich, ja, verstehen Sie, das habe ich, bin wert, richtig und wistig, denn richtig kommt die. Ja, denn Razor ist ein Ruler-Ruler, richtig Style-Designer, ein lyrisches Schwert, denn Wort hoch gegen Committer, ich bin der Committer-Splitter. Ja, verstehst du, das habe ich, will die Frauen splittern, nackt, splitter, oh, ist in die Matte, ich hab hoch, denn wert, ich bin Swuff-Style-Designer, Razor. Ja, entertainment, Gott, ja, aber Junge, verstehst du, die Frauen schwören die Treue mit der Zunge, ich bin wert, verstehst du, ich bin Razor, ich bin hoch, ich bin ein Mann, ja, denn ich bin more, ja. Wenn du nicht hasst, was ist, habern, ich bin mehr wert, als du denkst, Justiz, Blätter, misch, hochwert, bin ich Star, Sub-Taz, Sub-Z-Razor. Right, richtig, doppel-complete, richtig, complete.